Wir sind aus dem Kino raus und es regnet. Es ist spät, es ist gleich elf und wir haben Hilde gesehen. Wir waren bei der Deutschland-Premiere von Hilde. Es ist viel zu dunkel. Keiner von euch wird gesehen. Und jetzt darf jeder in einem Wort sagen, wie er den Film fand. Gut. Geil. Super. Inspirierend. Perfekt. Okay, super. Super. Ja, oder ist das mein Bus? Nein. Okay. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Schaut euch Hilde an. Hilde. Tschüss. Hilde. Schaut euch Hilde an.